Ich bin die Rabia Gülec, bin 21 Jahre alt, kämpfe bei den Olympischen Spielen in Rio bis 67. Ich bin die Rabia Gülec, bin 21 Jahre alt, kämpfe bei den Olympischen Spielen in Rio bis 67. Ich bin die Rabia Gülec. Also mein Bruder Tahir Gülec und meine Schwester, die waren die ganze Zeit im Training. Ich war immer alleine zu Hause, wusste nicht, was ich machen soll. Dann habe ich gesagt, Papa, ich will jetzt einmal mitgehen. Und dann bin ich einmal mitgegangen und dabei ist es geblieben. Also damals weiß ich jetzt nicht, was mich so fasziniert hat. Aber ich glaube einfach, das lag daran, dass die zwei das gemacht haben und wir waren wieder alle zusammen, hatten Spaß dran. Und meine Schwester war ja da schon erfolgreich. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, anstatt zu Hause zu sitzen, mache ich jetzt einfach mich mal nützlich. Da war ich, glaube ich, neun, zehn, so ungefähr. Damit kann man nicht aufhören. Also wenn du einmal richtig durchstartest, dann gibt es eigentlich kein Ende mehr. Ich gehe einfach rein und kämpfe und natürlich muss man mutig sein und man muss an sich selber glauben, dass man es schafft, auch wenn es einfach so ist, dass die Gegner vielleicht wesentlich erfolgreicher ist und mehr Erfolge hat, muss man an sich glauben. Und wenn man an sich glaubt, dann schafft man vieles, sogar sehr viel. Mit dem punkte ich sehr oft. Ne, ich habe es eigentlich immer geliebt, weil da bin ich eigentlich auch sehr stark und ich kick auch gerne zum Kopf. Das gehört auch bei mir dazu, aber die Checki, das ist halt so mit Drehung und da ist halt so ein bisschen mehr los. Und ja, naja, trotzdem ist es ein Vorteil, wenn jeder jetzt mal mit dem Vorderbein kommt, 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 dann kann es dir auch nicht kommen. Die ganze Zeit zurückgehen oder rechts, links oder drunter kicken. Meiner Schwester, die mir immer, wo ich einfach nicht mehr konnte, wo sie mich einfach hochgezogen hat. Mein Bruder, der Tahir, der immer dabei ist, der mich immer motiviert. Mein kleiner Bruder und natürlich meine Eltern, die auch bei einer Niederlage hinter mir, sogar neben mir stehen. Also meine Familie und mein Verein, natürlich auch mein Bundestrainer. Also ich hatte gar keinen Druck, weil ich wusste so oder so, wenn ich es schaffe oder nicht, ich fahre nach Rio. Für mich oder für meinen Bruder. Also es stand schon fest, dass ich mitfahre, also mitfliege. Und das war einfach so, okay, jetzt haben wir es. Und ich meine, ein zweites Mal wäre schön, wenn ich dann auch nicht nur dabei bin, sondern auch mitkämpfe. Und wir zwei, also füreinander da sind und füreinander kämpfen müssen, also gemeinsam, dass sie unser Ziel erreichen. Ich kann eigentlich sagen, es gibt nichts Wichtigeres außer die Familie. Weil sie war, also die Familie war immer neben dir. Sie wird auch immer neben dir bleiben. Einige Menschen kommen und gehen oder sind nur da, wenn du erfolgreich bist, wenn es dir gut geht. Aber die Familie ist immer da. Also das kann man eigentlich schon so sagen, weil ich meine, ich habe noch nie einen Gülic gesehen, der schlecht ist. Mein Vorbild ist meine Schwester, Sme Manz. Aber das war schon seit Jahren so. Also wo ich mit Taekwondo angefangen habe, war sie schon erfolgreich. Und ich weiß auch, wie und was sie erreicht hat. Sie hatte auch nicht immer gute Zeiten. Sie hatte auch schwere Zeiten, wo sie was erreicht hat. Und das ist meine einzige Person, die ich als Vorbild bezeichnen kann. Und das wird auch so bleiben. Die WM 2013 bezeichnen und mein Highlight war natürlich die Qualinis. Wenn ich was im Kopf habe, versuche ich alles rauszuholen, alles zu machen, dass ich das erreiche, was ich will. Ich will unbedingt eine Medaille haben. Und wenn ich es dann geschafft habe, dass ich noch weiter im Rennen bin, dann will ich eigentlich ganz hoch. Also nicht eigentlich, dann will ich ganz hoch und dann die Goldmedaille erkämpfen. Es ist eigentlich zum Vorteil, weil wir haben nicht die gleichen Ziele. Wir kämpfen am gleichen Tag. Und wenn was rauskommt und was sogar am gleichen Tag ist, ist es wesentlich schöner, wenn wir es dann alle zusammen hinter uns haben. Ohne die Bundeswehr, also ohne die Sportfördergruppe, würde ich es nicht bis hierhin schaffen. Weil da müsste ich mich dann entscheiden, entweder mache ich Sport oder ich gehe arbeiten. Und deswegen finde ich es auch sehr schön, dass die Bundeswehr uns so unterstützt und auch hinter uns ist. Also ohne die Bundeswehr wäre ich glaube ich nicht hier. Ich bin bereit für Rio. Vamos, amigos! Do something? Bis zum nächsten Mal.